Hallo, mein Name ist Jessica von Blazekowitsch. Ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ. Netflix oder auch Spotify haben es vorgemacht. Flatrates sind super praktisch und wir von FATZ.net haben jetzt auch eine. Fplus für 2,95 Euro die Woche. Dafür bekommen Sie alle Artikel auf FATZ.net, auch die exklusiven. Die Anmeldung ist super einfach. Wie es geht, zeige ich Ihnen jetzt. So, ich bin jetzt hier auf FATZ.net und habe einen Artikel entdeckt, der mich interessiert. Allerdings ist er hinter der Paywall. Das erkenne ich an dem roten Fplus. Um den Artikel zu lesen, brauche ich einen Zugang und den bekomme ich ganz einfach, indem ich auf jetzt testen klicke. Die Anmeldung ist echt einfach. Man muss fast keine Daten angeben, nur die E-Mail-Adresse. Jetzt noch schnell einen Benutzernamen und ein Passwort festlegen und registrieren. Jetzt wähle ich meine Zahlungsart aus. Im ersten Monat ist Fplus übrigens kostenlos und ich nehme jetzt einfach mal Paypal. Jetzt bin ich bei Paypal, zustimmen und weiter geht's. Nur noch zahlungspflichtig bestellen und fertig. Wie gesagt, der erste Monat ist kostenlos und ich kann jederzeit kündigen. Und das war's. Was ist ZDF? Was ist ZDF? Jewszyka Jews